Mir ist da eigentlich Jacke wie ein Bumse. Oh, ich muss nur einen reinhauen. Na komm, Rossi. Auf die Bank. Brauchst du jetzt auch noch die Tore? Er hat Rosicki, die Iriana von Scheldtatter. Alter, du wichsen Wutzki raus, da. Alter, der hat Rechtsverteidigung und beide Innenverteidiger von Dingens, von Liverpool. Der hat die komplette Verteidigung von Liverpool, der hat die Abwehr und den Torwart von Liverpool. Oh nein, ich werde auf die Fresse kriegen vom Fak. Wie schaut das zweites Trikot aus? Ich habe jetzt schon gemacht. Gelb und rot. Oh, 32 Siege, 4 Liter lang nur. Nicht schlecht, Joker. Okay, dann versuchen wir erstmal dein Tor da hinzukriegen. Ja, eher mit der Megamannschaft. Du, versuchen wir mal bei dir in der ersten Halbzeit. Vielleicht machen wir dann bei mir in der zweiten Halbzeit. Minolay, Alter. Den will ich auch haben. Ja, Minolay ist geil. Minolay und Quartar als Ersatz. Also die geilste, geilste Frisur hat dein, dein Ami da, der Rechtsverteidiger. Hm. Der ist cool. Mein Leandro hat auch eine geile Mähne. Und der im rechten Mittelfeld sieht ein bisschen aus wie Hitzelsberger. Hm, das ist Hitzelsberger. Schaut denn neuerdings. Stewie von der Herik. Und die Reese Wetherspoon. So, dass du, Oree, der Xulu ist das, der Lustenberger. Bin ja da. Bin ja da. So, okay. Dann versuchen wir mal, dass du es geschafft. Mega neck, mega geil. Mein Torhüter kommt schon. Hm, fast. Ist er nicht dann abgebrochen, Alter. Dann krieg ich die, dann brech ich gleich. So, er hat uns abgedreht. Die Verbindung zum Gretner wurde unterbrochen. 0 zu 0, warum wird das 0 zu 0 gewettet, wenn er ist verkackt? Nein, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht annehmen, nicht. Lass ihn können, lass ihn. So viel da verhindert, Alter. Nehmen wir es auch mal kurz auf. Das macht echt Laune. Also, liebe Leute, wir versuchen hier, dein Achievement zu erzielen. Ja, immer noch. Ein Weitschuss-Tor zu schießen. Ich glaube, der ist zu nah dran. Das war zu nah. Was der Kenny schon souverän geschafft hat. Bei Walbo verrecken die Schüsse gerade momentan kläglich? Eine von ihnen hat es auch bei mir nur so gerade hinter die Linie geschafft. Und, 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 und! Ja! Tschüss! Jetzt leben! Wer hat es gemacht, Walbo oder Joker? War jetzt gerade nicht abzuschätzen. Ne, Walbo hat es gemacht. Das war aber schön. Das war mein Verteidiger mit der Matte. Mit der Matte. Hui! So. Dann jetzt gegen die Prostetruppe solltest du sehr leicht haben. Na, na, aber ich muss ja trotzdem... Oh, scheiße. So, dann musst du ja trotzdem erst vertreten. Ja. Na, 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 na. Ja. Weiß ich aber nicht. Auch wieder Zulu. Mit seinem geraten Schuss. Hat er gemacht wieder was? Ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich über 36 Meter waren. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe jetzt aber noch einen. Oder? Na, zwei bräuchte ich. Also, ich habe ja irgendeine Kenne gemacht. Super, das heißt, es wird hier wieder eine Niederlage. Alter, weil die so unfähig sind, zumal keine Tore machen könntest. Wie ist das vorher ausgegangen? Eins, eins. Wenn's mal wieder länger dauert, is'n Snickers. Product Placement. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, scheiße. Oh, oh, oh. Noch zur Eckfahne von Saucier. Respekt. Gib mir die Pille. Gib mich die Kirsche. Nicht ein Eintor machen. Ne, ich laufe mit dem Torhüter raus. Vielleicht kriegst du es dann hin. Gott. Hab nichts gesagt. Jetzt trink ich danach. Das war ein bisschen in die falsche Richtung. Der sagt das. Laufst du mit deinem Torhüter raus und machst ein Tor raus? Ja, viel Spaß. Einwurf. Das hat sie gebracht. Einwurf. Nein, Slack. Slack. Erschwerte Bedingungen. No. Yeah. Feed goal. The extra point. Is... Is noob. Wie du machst jetzt ein Tor? No, Halbzeit. Die Halbzeit rettete ihn. Das war geil. Das war wirklich das Geilste. Wie der verhungert ist. Ich hatte schon noch das erste Gefühl, ob mein Spieler da nicht hinrennt. Und den so noch immer. So, Xulu, wo bist du? Da. Voll im Einsatz. Ja, es sieht gut aus, der Xulu ist... Also für... Für die Entfernung? War fast zu weit weg, sogar. Von... Bei mir hat der von fast der Metal-Linie getroffen. Ja, doch. Fast wieder. So, Xulu, komm her hier. Ike, Ike, komme, 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 komme. Ike, Ike, komme. Es ist nicht so leicht, alle wegzulocken. Alter, Falter. Da habe ich ein bisschen die Luft. Da habe ich ein bisschen die Luft. Und er ist drin. Oh, es fängt zu, du. Bam, 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 bam. Sicher. Das heißt, du möchtest doch eins sagen, oder? Sicherheitshalber. Ach, lassen wir das mal so. Ich kann auch gerne, dass du jetzt erstmal ausgleichst, ein Eigentor machen. Ich kann auch selber ein Eigentor schießen. Kannst du natürlich auch versuchen. Wenn du ihn wegpackst. Denk dran, Dreams auf, darauf zu fluchen. Verdammte Scheiße. Leck. Ja, verarsch mich, du, ey. Why so serious? Alter, jetzt verarsch mich nicht. Oh. Sulu. Ike. Sulu macht Lulu. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Sehr. Wie jeder verhält sich. Warte mal. Und oh yeah, ach. Okay. Ich mach mal, ich hab lange kein Tor mehr gemacht. Scheiße, ja, hier. Eigentis frei. Das sah geil aus. Ich hätte es sehen müssen, Kenny. Na, ich schaue es mir mal an, wenn du das hochlägst. Dein Torwart fliegt weg, ich fliege weg. Oh, okay, ich stehe es dann. Okay, mach jetzt. Mein Torwart hat vorhin meinen Verteidiger weggetreten. In bester Kung-Fu-Manier. Ja, das ist lustig, diese Sachen, weil die hier schon so. Wenigstens haben sie jetzt so ein Kollisionsabfrage-Modell, sag ich mal. Das hatten die ja damals gar nicht, ey. Bisschen durch die durchgelaufen. Was sich verkantet. Weil er irgendwie dann die Tasten vor uns hochkriegt. Zulu. Benjera. Sociere. Boah, Mitzel. Und da macht er den Valti. Goethe. Das ist das Sociere. Socrier. Socri. Socri. Das ist für den Beißler. Mit dem Lenken Hammer. Mit dem geilen Tor-Gag. So, jetzt darf ich wieder Vielleicht kriegen wir den Beißler auch dazu zum FIFA World Wenn er mal wieder online ist Seine Schweizer Nationalgarde dann da stehen Sechstundachtzigste Minute Joker, vergiss das nicht Ich fühle mich gemobbt Neunzigste Minute Du hast dich Angst Musst du den so wegschlagen ey Soviel zu aus machen, dass wir verlieren, dass wir unentschieden spielen Mit Joker geht das nicht zurecht Ja! Elison darf auch mal ein Tor schießen Wenn ich dir den Ball gegeben hätte Wärst du abgepfiffen Ja Wahrscheinlich Ja, stimmt Er hat den Ball Wie er da so schnell wackert was? Ups Toa! Das wär's gewesen Jetzt bin ich gespannt ob das gezählt hat Ja Ja, 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 mal gucken was ist Mal schauen So Benden zur Zentrale Zentrale Jetzt haben wir jetzt schon mal zwei Sachen Mal in meinem Joker Bild Wieso zählen das schon wieder nicht bei mir? What the fuck? Oder hast du Na, äh, hast du hinter der Mittellinie? Warte, hinter der Mittellinie? Von wo du geschossen hast? Ja Kann nicht sein, dass das nicht zählt Sondern musst das, dass das dann, äh Auf der anderen Seite sein muss Von der Mittellinie Und drin Zwei von drei Und kann doch mal passieren Eigentor Yeah Sehr schön Okay, noch eins Wie er ist das? Hat man noch nicht gezählt? Ne Ja, weil Walvo immer von seiner Seite aus Von da aus Also über 50 Meter praktisch schießt Und das wird da wahrscheinlich nicht zählen Muss also auf der Gegnerischen Hälfte sein, wo du schießt Denk ich mal Ich finde es so gut, was ich mache So muss es sein Na gut, also ich beende erstmal die Aufnahme Danke fürs Zusehen Und bis demnächst Tschüss Tschüss